Rennen 1 in Mexico City mit den beiden Gastfahrern aus der World X, Nikolaus Hillebrandt und Devin Braune gleich an der Spitze des Feldes. In der ersten Schikane Rangeleien und Kollisionen im Mittelfeld. Da wird ein bisschen Farbe ausgetauscht, während vorne die beiden Gastfahrer, die Esports Racing Profis, eine Demonstration ihrer Klasse zeigen. Die beiden fahren fast die komplette erste Runde nebeneinander. Nikolaus Hillebrandt im roten Gastauto des AVD und Devin Braune im blauen EX Zero. Dann die Anfahrt am Ende der ersten Runde in den Stadionteil der Rennstrecke. Leichte Berührung zwischen Hillebrandt und Braune. Braune kann den EX Zero gerade noch so abfangen, fällt aber hinter Julius Martin auf den dritten Platz zurück. Die unter Perspektiven. Hier aus der Hubschrauberperspektive sieht man das Duell zwischen Stefan Warschau und Steffen Walter. Leichte Berührung auch hier und das Ganze auch noch einmal aus dem Cockpit von Steffen Walter. Damit seine Ambitionen in diesem Rennen natürlich deutlich geringer. Stefan Warschau mit einem Fehler in der schnellen SS kürzt ab, muss entsprechend die dahinteren fahrenden Fahrzeuge vorbeilassen. Tolle Zweikämpfe über ein Feld hier zwischen Dominik Heussen und Thomas Vogt, der im Stadionteil vorbeigeht. Das will sich aber Dominik Heussen nicht gefallen lassen. Der erste Konter gleich danach mit einer leichten Berührung und dann am Ende der Geraden der Versuch von Heussen vorbeizugehen. Kollision erneut und ein Dreher von Heussen. Platztausch bei TV Racing zwischen Steffen Walter und Thomas Vogt und Dominik Heussen probiert es erneut. Diesmal auf der Außenbahn. Vogt gibt nach. Heussen ist vorbei. An der Spitze hat sich inzwischen Devin Braune wieder auf Platz zwei nach vorne geschoben und macht erneut Druck auf Nikolas Hillebrandt. Hillebrandt, ja, der Sieger, der Überraschungssieger beim World TX-Rennen auf dem Ovale Indianapolis. Devin Braune war in Silverstone beim ersten Rennen der World TX am Start, ist hier im ersten Rennen der stärkere, schnellere Fahrer, versucht immer wieder einen Weg vorbeizufinden an Nikolas Hillebrandt. Dann eine leichte Berührung in der Schikane. Braune auf Platz eins mit einer gelben Karte, aber trotzdem auf dem Weg zum Sieg. Er gewinnt als Gastfahrer das erste Rennen in Mexico City vor Julius Martin und auf Platz drei kommt schließlich noch Nikolas Hillebrandt ins Ziel. Rennen zwei wie gewohnt mit umgekehrter Startreihenfolge. Stefan Waschow, der aufgegeben hatte im ersten Rennen auf der Pole Position, wird auf dem Weg zur ersten Kurve gleich attackiert von Björn Skottke, der allerdings zu spät bremst, neben die Strecke rutscht und die Führung an Thomas Vogt abgeben muss. Bei der Rückkehr auf die Strecke Kollisions zwischen Björn Skottke und Nikolas Hillebrandt, der dadurch weit zurückfällt. Dervin Braune schon auf der vierten Position, schnappt sich hier sogar den drittplatzierten Steffen Walter. Er kommt ja von ganz hinten in der Startausstellung nach seinem Sieg im ersten Rennen. Wieder, wieder eine klasse Leistung. Stefan Waschow macht den gleichen Fehler im zweiten Rennen in der Startrunde mit den kalten Reifen, wie im ersten Rennen fährt in der Stelle und es ist neben die Strecke und damit Dervin Braune schon auf der zweiten Position und nur eine Runde später hat er sich auch den Spitzenreiter Thomas Vogt geschnappt. Was für eine starke Anfangsphase von Dervin Braune. Thomas Vogt mit einem kleinen Fehler hier, muss seinen Teamkollegen Steffen Walter vorbeilassen bei der Anfahrt zum Stadion. Vogt unter Druck dann von Julius Martin und erneut Dominik Heussen. Martin, der um den Titel kämpft in seiner ersten kompletten Saison in der RCZO E-Sports Series. Geht hier vorbei mit einer leichten Berührung. An der Spitze überlegen Devin Braune, aber auch der Profi macht einen Fehler, kommt auf den Teppich, dreht sich, knallt in die Mauer, kann das Rennen fortsetzen, fällt aber um mehrere Positionen zurück. Damit Steffen Walter an der Spitze vor Julius Martin. Die beiden haben sich schon häufiger in diesem Jahr duelliert und liefern sich hier bei einbrechender Dunkelheit erneut ein packendes Duell. Immer wieder versucht Martin an Walter vorbeizugehen, der wehrt sich zunächst erfolgreich und der Profiteur davon, das sieht man gleich, ist erneut Dervin Braune, der sich von seinem Ausrutsche erholt hat, die beiden Führenden einholt und dann beide gleichzeitig attackiert in die Schikane hinein. Hier kann zunächst Steffen Walter die Attacke zumindest noch einmal abwehren, aber Braune jetzt bereits auf der zweiten Position, greift Walter auf der Außenbahn an in die nächste Schikane hinein, geht vorbei und von hinten hat er auch noch Julius Martin im Schlepptau, damit gleich zwei Positionen innerhalb von einer Runde verloren für Steffen Walter. Dervin Braune also mit einer klasse Leistung nach seinem Ausrutscher gewinnt auch das zweite Rennen in Mexiko City vor Julius Martin und Steffen Walter. Doch damit nicht genug, nicht nur an der Spitze packende Szenen in diesem zweiten Rennen, die letzte Runde dramatisch zwischen Thomas Vogt und Stefan Warschau im Kampf um die vierte Position, die war besonders wichtig, denn hier ging es um einen Podiumsplatz in der Meisterschaft, denn Devin Braune als Gastfahrer ist nicht punktberechtigt, damit Stefan Warschau hier in der letzten Runde vorbei an Vogt und damit sichert er sich als Achterfahrer in dieser Saison das Ticket für das Superfinale auf dem Kurs in Le Mans.